Ich gebe immer alles und hänge mich richtig rein, damit ich zu den Besten gehöre. Ich will von erfahrenen Kollegen lernen und mich fachlich und persönlich weiterentwickeln. Deshalb mache ich eine Ausbildung bei Geberit. Ich finde es toll, wenn ich Teil eines starken Teams bin, lerne, wie ich zusammen mit anderen mehr erreichen und auch schwierige Aufgaben erfolgreich bewältigen kann. Ich will immer wieder neu gefordert, aber dabei auch tatkräftig unterstützt werden. Deshalb mache ich eine Ausbildung bei Geberit. Ich bin jemand, der taktisch denkt, genau plant und sich freut, wenn er damit Erfolg hat. Technische Aufgaben sind mein Ding und ich will einen Job lernen, der auch in Zukunft gefragt ist. Deshalb mache ich eine Ausbildung bei Geberit. Ich mag es, wenn auch ich schon früh Verantwortung übernehmen darf. Ich bringe mein Organisationstalent gerne in den Beruf ein und liebe es, mit vielen verschiedenen Menschen zu kommunizieren, auch in anderen Sprachen. Ich stelle mich gerne in neuen Herausforderungen und zeige, was ich gelernt habe. Weiterdenken, neue Sachen entwickeln und ausprobieren, das ist meine Welt. Ich löse gerne Probleme mit meinen eigenen Händen und am liebsten im Team, Stück für Stück. Ich bin jemand, der auf jedes Detail achtet, der immer schon den nächsten Schritt plant. Aber trotzdem habe ich das große, ganz im Blick. Technik, Robotik und Automation begeistern mich, weil es ständig Neues zu entdecken gibt. Ich bin gewissenhaft. Ich bin geschickt. Ich bin glücklich. Und du, welches G motiviert dich? Bist du genau, gespannt, geduldig, global, geradlinig oder genial? Mit einer Ausbildung bei Geberit steht dir die Zukunft offen. Auf意思. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017